Einen schönen guten Morgen. So, da steht jetzt wieder da. So, da steht jetzt wieder da. So, da steht jetzt wieder da. So, da fahren wir mal eine Runde mit dem Schnee nicht mehr vor. Die Flüte ist völlig klar. Ja, das Salz ist genug. Dann geht es nicht mehr. Die Flüte ist ja nicht mehr. Ich bin zwar nur eins an. Ah ja, 22. So, da baut man einen Kätz wieder hin da. Überhin kann man kurz einen platzeln. Oh, da geht es. Ich wünsche auch. Oh, da geht es. Oh, da geht es. Oh, da sehe ich da etwas. Ja, das muss losgehen. Ja, auf der Seite sehe ich da etwas. Also, da muss ich es jetzt nach vorne machen. Ja, die Runde ist das so schön. Also, wir haben das so schön, wenn ein und ich es irgendwie damit bedenkeiniere ich kann. dann kann ich es auf einem kleinen Gerät einen dritten. Und wenn ein paar Sekunden zu kommen. So, da kann ich jetzt noch rüber. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Hier ist es ein bisschen kältes Tor. In diesem Winter aufhört es jetzt minus 9 Grad. In Wien oder Salzburg sind es minus 6, da sind es in den Zentrum noch kälter. Obwohl es ist überall klar, es sind nur wenige Ebelschwaben herum, zum Beispiel Waldviertel, Ausrufe oder bei Krimel. Das heißt, es wird heute strahlend Sonne, kommt das eigentlich den ganzen Tag an. Wenn möglich, dann nützen Sie die Sonne heute aus, schon morgen werden die Wolken von Niederösterreich und uns persönlich in Steiermark nämlich wieder mehr. In Oberösterreich kommt dann morgen die kalte Lässiger-Wieb auf. Höchsterte heute ist die Lässiger-Wiebens. 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 Ja, nein, 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 nein. Ja, ich möchte ja sagen, dass dir der Weg gefällt, lässer der Kerl. Okay, wir sind in der Steiermark, Gabi. Auf der S6 der Semmering-Schnellstraße Richtung St. Michael, der Niklasdorff-Tunnel ist gesperrte wegen eines defekten Lkw. In Kürze geht es da aber wieder weiter, ansonsten macht sie gut voran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dass er im Urschmühlen noch gar hoch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020